So, hallo, in diesem Video zur Stochastik möchte ich euch etwas über Baumdiagramme erzählen. Und zwar, wie man Baumdiagramme aufstellt und wie man dann auch noch Wahrscheinlichkeiten berechnet. Grundsätzlich fangen wir mal mit einem Beispiel an und können dann auch schon mal klar machen, in welchen Fällen Baumdiagramme überhaupt Sinn machen. Wir nehmen mal den zweimaligen Würfelwurf. Immer wenn wir Versuche oder Experimente wiederholt durchführen, in diesem Fall ja zweimal, eignen sich Baumdiagramme zur Darstellung. So, zweimaliger Würfelwurf wird durchgeführt und uns interessiert, ob eine 6 fällt oder nicht. Ja, das ist auch immer schon gut, wenn man das im Vorhinein weiß und dann berücksichtigt. So, jetzt fangen wir mal an. Wir fangen an einem Knotenpunkt an und überlegen uns, was kann denn jetzt passieren, wenn ich das erste Mal einen Würfel werfe. Es kann passieren, dass ich eine 6 werfe. Es kann aber auch sein, dass ich keine 6 werfe und dieses Gegenereignis wird dann ja mit 6 und dem Querstrich darüber dargestellt. Die beiden Möglichkeiten habe ich. Ich könnte hier auch 1, 2, 3, 4, 5 aufschreiben. Dann hätte ich hier insgesamt 6 Äste und dann wird das sehr schnell sehr unübersichtlich. Also es ist geschickt, Elementarereignisse zusammenzufassen. 6 oder nicht 6. Damit habe ich hier quasi in dieser Ebene den ersten Wurf dargestellt. Diese Ebene stellt den ersten Wurf dar. Was mache ich jetzt? Jetzt werfe ich noch ein zweites Mal. Zum Beispiel habe ich ja am Anfang eine 6 gewürfelt. Jetzt würfle ich nochmal und was kann mir passieren? Natürlich kann ich wieder eine 6 würfeln oder es kann auch eben keine 6 kommen. Das gleiche gilt an dieser Stelle, wenn ich vorher keine 6 gewürfelt habe. Jetzt kann ich im zweiten Fall oder im zweiten Wurf eine 6 würfeln oder auch wieder keine 6. Das heißt, diese Ebene repräsentiert den zweiten Wurf. Und so könnte ich jetzt noch weitere Ebenen hinzufügen. Dieser Baum würde sich immer weiter auffächern und irgendwann wird es vielleicht auch unübersichtlich und man hat dann keinen Platz mehr. Darum reicht es uns zweimal diesen Würfelwurf durchzuführen. Aber eben in allen Fällen, in denen so ein Experiment wiederholt durchgeführt wird, kann ich sowas darstellen. Als nächstes, nachdem ich die einzelnen Pfade, wir sprechen hier von Pfaden, vier Stück haben wir, Nummer 1, 2, 3 und 4, notiere ich die Einzelwahrscheinlichkeiten. So, die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln ist bekanntermaßen 1 Sechstel. Die Wahrscheinlichkeit, keine 6 zu würfeln, 5 Sechsteln. So, und dann schreibe ich das an die entsprechenden Teilpfade heran. Nachdem ich die 6 gewürfelt habe, habe ich wieder die Wahrscheinlichkeit, ein Sechstel noch eine 6 zu würfeln oder 5 Sechsteln, keine 6 zu würfeln. Also diese Wahrscheinlichkeiten ändern sich nicht. Der Würfel merkt sich ja nicht, oh, ist schon eine 6 gefallen, dann darf ich beim nächsten Mal keine 6 zeigen oder so. Das heißt, auch hier haben wir mit 1 Sechstel und 5 Sechstel dieselben Teilwahrscheinlichkeiten. Das muss nicht immer der Fall sein, aber hier in diesem Beispiel ist es so. So, wir haben jetzt also vier Pfade und jeder Pfad beschreibt ein Ereignis. Der obere Pfad beschreibt das Ereignis, im ersten und auch im zweiten Wurf eine 6 zu würfeln. Und ich berechne die Wahrscheinlichkeit dadurch, indem ich die Teilwahrscheinlichkeiten miteinander multipliziere. 1 Sechstel mal 1 Sechstel macht 1 Sechstel und 3 Sechstel. Das wäre also die Wahrscheinlichkeit, zwei Sechsten zu würfeln. Dieser Pfad stellt die Wahrscheinlichkeit oder das Ereignis erstmal dar, beim ersten Wurf eine 6 und im zweiten Wurf keine 6 zu würfeln. Die Wahrscheinlichkeit hierfür beträgt, 1 Sechstel im ersten Wurf eine 6 zu würfeln, 5 Sechstel im zweiten Wurf keine 6 zu würfeln. Macht multipliziert 5 Sechstel und 3 Sechstel. Der dritte Pfad beschreibt das Ereignis, zunächst keine 6 zu würfeln und dann eine 6 zu würfeln. Die Wahrscheinlichkeit beträgt auch hier 5 Sechstel, ich lasse das mal in der Mitte aus, das könnt ihr selber sonst ergänzen. Und im letzten Fall haben wir das Ereignis, weder im ersten noch im zweiten Versuch eine 6 zu würfeln. Und die Wahrscheinlichkeit hierfür beträgt 25 Sechstel. Die Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Pfade berechnet man mithilfe der sogenannten Pfadmultiplikationsregel. So, die haben wir hier angewandt. Wir haben die Teilwahrscheinlichkeiten auf den einzelnen Abschnitten miteinander multipliziert, um die Pfadwahrscheinlichkeit zu erhalten. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, eine Kontrollrechnung durchzuführen. Wir addieren die einzelnen Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Pfade und kommen auf 36 Sechstendreißigstel. 1 und 5 sind 6 und 5 sind 11 und 25 sind 36. Also Gesamtwahrscheinlichkeit 1, 100 Prozent. Das sieht schon ganz gut aus. Kämen wir hier nicht 1 raus, dann hättet ihr euch irgendwo verrechnet. Oder ich mich. Wenn 1 rauskommt, heißt es noch lange nicht, dass alles richtig ist. Jetzt haben wir zwei doofe Fehler da eingebaut, die sich zufällig gegenseitig aufheben. Aber so sieht es erstmal ganz gut aus. Jetzt haben wir dieses Baumdiagramm soweit vorbereitet, dass wir alle Informationen eingetragen und auch schon mal vorbestimmt haben. Jetzt können wir damit bestimmte Ereignisse berechnen und die Fragestellungen beantworten. Nehmen wir mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass genau einmal 6 gewürfelt wird. Dieses Ereignis, unterstreichen wir es mal grün, finden wir in dem zweiten Pfad wieder. Denn hier wird genau einmal im ersten Wurf nämlich eine 6 gewürfelt, im zweiten nicht. Und auch hier im dritten Pfad ist das der Fall, da wird nämlich im zweiten Wurf eine 6 gewürfelt, im ersten nicht. Der erste Pfad scheidet aus, denn es ist ja nicht genau einmal 6, sondern sogar zweimal 6, die hier fällt. Und im vierten Pfad gibt es überhaupt keine 6. Die Wahrscheinlichkeit, dass also genau einmal 6 fällt, wäre 5,36 für den oberen Fall, für den zweiten Pfad. Und zusätzlich 5,36, falls der untere Pfad zutrifft, macht zusammen 10,36. Also die Pfadwahrscheinlichkeiten werden hier einfach addiert zur Gesamtwahrscheinlichkeit. Noch ein anderes Beispiel, um das noch ein bisschen genauer oder deutlicher zu machen. Nehmen wir mal an, die Wahrscheinlichkeit ist gesucht, höchstens einmal 6 zu würfeln. So, unterstreichen wir mal blau. Auch hier gehören wieder die beiden Pfade 2 und 3 dazu. Nummer 1 hat ja zwei Sechsen, gehört also nicht zu höchstens einmal 6. Aber der untere gehört auch noch zu, denn höchstens einmal 6 heißt ja auch 0 mal 6. Und das wäre der untere Pfad. Wir müssen also hier die einzelnen Wahrscheinlichkeiten zusammenzählen und kommen im Endeffekt auf 35,36 als Gesamtwahrscheinlichkeit für dieses Ereignis. Das sind zwei Beispiele, wie man jetzt zusammengesetzte Ereignisse berechnen kann. Und man spricht hier auch allgemein von der Pfadadditionsregel. Und mithilfe der Pfadadditionsregel kann man halt zusammengesetzte Ereignisse bzw. deren Wahrscheinlichkeit berechnen, indem man halt die einzelnen Pfadwahrscheinlichkeiten addiert. So, und ich denke, jetzt kommt ihr selber mit Baumdiagrammen klar. Und ja, das war es dann von meiner Seite.